Was muss man hier? Was geht? Ja also eigentlich komme ich mit nicht so guten Nachrichten. Warum? Deine Eile hätte ich nicht verlassen. Ja ne jetzt mal ernsthaft also ich habe keine guten Nachrichten. Was ist los? Julia ist tot. Wunderbar. Romeo es tut mir so leid aber es ist die Wahrheit. Ja scheiße was machen wir jetzt? Weiß ich auch nicht. Wir müssen uns ja schon irgendwie rechnen oder so dafür. Du hast doch mal AMG gehabt ne? Ja ich habe hier so ein Skript da steht bestimmt was gutes drunter. Also hier steht dass wir, dass du das Schwein finden willst was es getan hat. Ja machen wir. Finden wir das Schwein? Machen wir zusammen. Let's go. Jetzt musst du traurig tun so weil es ist ein melancholisches Stück. Ja scheiße. Ich habe den Rolls da drüben stehen. Perfekt. Komm hier der Rolls. Geht das denn hier etwas schneller? Ja sorry Digger. DDR das ist nicht so krass alter. Ich habe Durst. Fahr doch mal schneller. Ja Digger halt zum Maul alter wir haben Gegenwind. Das ist wie ein Kühlschrank auf den Rädern. Aber da vorne kommt vielleicht hier so ein... Ja fahr mal bei Magus ran. Boah alter du weißt auch da werden immer die Leute gequält und die Tiere und so. Ja ich will nur was trinken. Milchshakes? Kühl? Ja die haben bestimmt auch was Alkoholisches da. Na gut da werden keine Kühe für gequält. Das ist in Ordnung. Ja da fahr mal ran. Ja. Da geht doch. Hey Junge. Der Federung ist schon krass. Das ist schon ein krasses Ding. Ja. Willkommen bei WIGZO für Ihre Bestellung bitte. Ja ich hätte gern Weißbier. Weißbier haben wir eigentlich. Wir füllen hier nur Schwarzbier. Warum habt ihr kein Weißbier? Das ist nicht vorgesehen. Ich will das voll rassistisch alter. Warum rassistisch? Heißnazis halt. Ja da natürlich kein Weißbier nur Schwarzbier. Ja ich nehme ein Schwarzbier. Ja ok ein Schwarzbier. So einmal ein Schwarzbier bitte. Geil Alter. Was macht dann 5 Euro 40? 5 Euro 40? Sind sie geil Spinnen Alter? Ja eine Klasse. 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 1 in den die Störwand. Ja aber auch kein They��. Ja ich. Ja das reicht. Ja Muhl. Leute können sie den Klassikergerieren wollen oder haben